Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Hallo. Heute haben wir wieder ein bisschen Fanpost für euch. Die haben wir jetzt gerade nicht hier, weil wir die schon auf die Zimmer verteilt haben, wo wir gleich vorlesen werden. Und dann geht's auch schon los. Und hier kommt auch schon der erste Brief. Und mal sehen, was da drin ist. Zuerst mal ein Stern für Marie. Den werde ich dann gleich mal weiterreichen. Gut ausgebastelt, also gut gebastelt, gut ausgeschnitten. Und hier haben wir für Max und für Adrian Haribo. Dankeschön. Und jetzt kommen wir hier mal zum Brief. Achso, hier ist noch einmal für Ash Nutella seine Live-Speise. Kann er ja gar nicht ohne, ne? Okay, gucken wir mal. Der Brief steht hier drauf. Der Brief. Darf vorgelesen werden. Hallo Adrian und Ash und Max und Marie. Ihr seid die besten YouTuber der Welt. Bitte macht mal mehr Pokémon Go Videos. Der Wobbelbubbelball war cool. Der war echt cool. Der war riesig, ne? Und als der geknallt hatte, oder als der explodiert ist, haben wir alle in Schreck gekriegt. Ich heiße Chance und bin 10 Jahre alt. Könnt ihr mich grüßen unter dem Namen Chance? Ich habe ein paar Fragen. Also, Chance, erstmal einen schönen Gruß an dich. Und weil das so oft gefragt wurde, warum wir die Grüße nicht mehr so machen wie früher. Man kann das ja ganz cool machen. So, Grüße gehen raus. Oder man macht das so. Äh, haben wir das auch gemacht immer? Hallo Chance! Genau, dass man das so macht. Also, schönen Gruß an dich. Also, was mögt ihr alle gern? Wir mögen alle gern grillen. Das machen wir auch gleich. So, das war denn hier von Chance. So, ich habe jetzt hier einen Brief von... sehr richtig kurz. Hallo, DipDubTube. Ich heiße Noah und ich bin 9. Eure Videos sind cool. Ich kenne euch seit 2016. Könnt ihr mich bitte grüßen und eine Autogrammkarte schicken? Lieben Gruß, Noah. Ganz liebe Grüße an dich gehen raus, Noah. Und eine Autogrammkarte kriegst du auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für die Zubi. So. Hallo, DipDubTube. Ich heiße Hannah Marie und bin 10 Jahre alt. Ich würde mich über eine Autogrammkarte sehr freuen. Ich hoffe, eine Katze... Ich habe eine Katze. Ihr Name ist Luna. PS. Hab euch ganz... äh, hab euch ganz doll lieb und ich schaue eure Videos immer. Auch Maryland. Echt so. Und er schweift. Ihr seid eine so tolle Familie. Macht weiter so. Viel Glück. Ja, vielen Dank und Grüße an dich, Hannah Marie. Und eine Autogrammkarte bekommst du auch. Und hier ist ein Bild, mit dass man Katze... ihre Katze... hier für alle. So eine Schlange soll das hier darstellen. Haben wir noch Loom-Bänder und noch mehr Loom-Bänder. Darf vorgelesen werden. TipTapTube. Hallo, TwitterTube. Ich heiße Jamal und bin neun Jahre alt. Und ich habe alle eure Kanäle abonniert. Ash macht das für sein Alter ganz schön gut. Max, Marie und Adrian natürlich auch. Könnte ich bitte eine Autogrammkarte haben. Für die Grüße euren Jamal. Eure Jamal. Eine Autogrammkarte bekommen. Für eine Autogrammkarte musst du erstmal einen Rückumschlag senden mit einer Briefmarke drauf. Hallo, TipTapTube. Ich heiße Bruno, bin elf Jahre alt und gehe auf die Mittelschule. Ich schreibe das am Laptop, dass man es besser lesen kann. Dankeschön. Manche Briefe, also manche Schriften sind wirklich ein bisschen schwer zu lesen. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich liebe eure vier bis fünf Kanäle. Jeder hat ein Abo. Natürlich auch auf Musical.ly. Ich schreibe das, während ich das Video Schwarze Pechkekse anschaue. Auf Musical.ly heiße ich Bruno Katze. Hier sehe ich gerade, dass Marie hier schon einen Umschlag rausgenommen hat. Also der ist schon auf dem Weg zu dir, glaube ich, oder auf dem Weg zur Post. Da ist dann einmal eine Autogrammkarte drin. So, vielen Dank für deinen Brief, Bruno. So sieht das aus. Sogar mit dem Bild für den beiden Jungs. Hallo, TipTapTube. Ich heiße Marina und ich bin elf Jahre alt und ich liebe eure Videos. Ersch macht die Videos echt gut für sein Alter. Max, Maryland und Adrian natürlich auch. Könnt ihr mich bitte grüßen und meine Freunden auch. Sie heißt Sina und sie liebt auch eure Videos. Ganz liebe Grüße an euch beide, Sina und Marina und vielen, vielen Dank. So, ich habe noch ein paar Fragen. Erstens, warum ist Max mit 13 schon in der neunten Klasse? Weil Max mal eine Klasse übersprungen hat. So, deswegen ist natürlich jetzt der Jüngste auch in der Klasse. Könnt ihr noch mal eine Ess-Challenge machen? Die machen wir. Ich habe das Gefühl, manchmal machen wir irgendwie ganz viele Ess-Challenges. Aber das machen wir dann auch noch mal. So, kann Marie noch mal etwas backen und das filmen? Das kann ich mal machen. Das ist eine gute Idee. Hallo, TipTapTube. Ich heiße Dian und Dian, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, und bin sieben Jahre alt. Ash und Max, was sind eure Hobbys? Wir spielen beide Fußball. Ash hat noch Schwimmen und YouTube halt. Was sind eure Lieblingsfächer in der Schule? Weil Ash weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt eigentlich theoretisch nur raten. Ich rate einfach mal Sport und Mathe. Und damit hätte ich eigentlich auch schon meine Fächer genannt. manchmal, ja, ich weiß nicht genau, was Ash so mag. Hallo, ich bin Judy und liebe eure Videos und gucke sie auch immer. Ich bin zehn Jahre alt. Könnt ihr mir eine Autogrammkarte zusenden? Ich wäre mich, ich würde mich freuen. Und wie seid ihr auf den Namen TipTapTube gekommen? So, du? Ich weiß gar nicht, wie wir auf den Kanalnamen gekommen sind. Meine Eltern sind ja irgendwie drauf gekommen und ja. Sehr geehrte TipTapTube-Familie, ich gehöre zwar schon zu euren älteren Zuschauern, bin nämlich 18. Wow! Schaue aber trotzdem sehr gerne eure Videos, da ich finde, dass ihr als Familie toll zusammenhaltet und sehr viel zusammen unternehmt, was ich sehr schön finde. Ich bin auf euren Kanal gestoßen, als ich an Neujahr nach Silvester-Videos gesucht habe. Seitdem schaue ich jedes eurer Videos und fühle mich sehr unterhalten. Besonders gut finde ich Max-Videos, da er den am ehesten auf mein Alter zugeschnittenen Content produziert. An Ash-Videos finde ich toll, dass er sich für sein Alter viel Mühe gibt. Das Wichtigste ist aber, dass er Spaß daran hat, was man deutlich merkt. Ich hoffe, dass ihr noch lange Spaß an YouTube habt und weitere Videos produzieren werdet. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, vor allem aber Spaß in eurer zukünftigen YouTube-Laufbahn. So, Julian, vielen Dank für deinen Brief. Autogrammkarte ist unterwegs. Von Sophia. Hallo TipTapTube, ich heiße Sophia und ich bin euer größter Fan. Ich bin elf Jahre alt und ich habe am 2. Juni Geburtstag. Das ist ja cool, ich habe am 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine Autogrammkarte kriegen würde. Adresse ist unten. Ja, hast du super gemacht. Prima, bekommst du auch und vielen, vielen Dank. Hallo TipTapTube, ich heiße Konstantin, bin elf Jahre alt und bin euer Fan. Und bin euer Fan. Könnt ihr mich bitte grüßen und ich gucke gerne, er schreibt echt so und dann auch Max-Apps. Könnt ihr mir eine Autogrammkarte schicken? Rückumschlag ist mit dabei, das heißt, du bekommst eine Autogrammkarte. Und ja, vielen Dank und Grüße geht raus an dich, Konstantin. Eine Frage an Max. Kannst du mehr Minecraft-Videos machen? Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich muss mal gucken, wo mein Spiel allgemein nicht mehr so viel Minecraft, deswegen... Mal sehen, vielleicht macht ihr mal wieder irgendwann einen Stream oder so. Ich kenne eure Seiten Eisenbahnvideos, ja, das ist dann schon etwas länger her, aber cool. Macht weiter so, euer Konstantin. Ja, vielen Dank an dich, Konstantin. Hallo Ash und Max. Ich bin ein großer Fan von eurem Kanal. Und ihr macht wirklich sehr schöne Videos. Ich habe euch auch abonniert und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Weil ich habe auch Videos gedreht. Ich liebe eure Videos. Herzliche Grüße aus Nürnberg, Eva Patrick. So, danke Patrick, dass du sowas geschrieben hast. Und jetzt kommt der nächste Brief. Mal sehen, was hier drin ist. Hi, ich finde eure Videos echt unterhaltsam und cool. Macht weiter so, aber ihr müsstet ein bisschen mehr Mühe im Bearbeiten geben. Das ist ja mein Bereich, ne? Dann wären die Videos nicht nur unterhaltsam, sondern auch gut gemacht. Und macht mal mehr Pranks und Gameplays. Gameplays, ja. Da habe ich mit Max letztens drüber gesprochen. Er ist im Moment so bei den Games nicht so richtig dabei. Pranks kann man mal machen. Da sind wir ja... Ich glaube, wir haben mal zwei Stück gemacht. Sind doch noch nicht so gut vertreten. Und wie seid ihr auf den Namen Ash gekommen? Das ist ganz einfach. Und zwar, als Marie schwanger war, da war ja Max schon da. Und der war ein großer Pokémon-Fan. Und damit wir während der Schwangerschaft nicht immer von dem Baby im Bauch reden, haben wir uns überlegt, was wir da machen können. Und da kam dann eben, also Max, Pokémon-Fan, Ash, also Ash Ketchum, das kommt wirklich von da, der Arbeitsname Ash zustande, über dem das dennoch geblieben ist. Könnt ihr Jonathan und Erik grüßen? Liebe Grüße, Jerome. Also, Jonathan, Erik und Jerome, liebe Grüße an euch. Und Jerome nochmal, vielen Dank hier für deinen tollen Brief. So, hier kommt. Hallo Ash, Max, Marie und Adrian. Mein Name ist Jette und ich bin dreieinhalb Jahre alt. Das ist so süß. Und ein riesiger Fan von euren Videos. Meine Mama Kerstin habe ich schon erfolgreich mit angesteckt. Und mein kleiner Bruder Tim, eineinhalb Jahre, ist doch noch recht jung, ne? Schaut ab und an auch schon mit. Das ist ja süß. Durch euch sind wir schon aufmerksam auf viele tolle Spiele geworden. Wie zum Beispiel Schweineschwarte. Hier ist ein lustiges Spiel. Ganz herzliche Grüße, eure Jette mit Familie. Vielen, vielen Dank, liebe Jette. Das ist wirklich ganz süß. Ein ganz hübsches Mädchen, aber das Bild zeige ich jetzt nicht in die Kamera. Aber hast du ganz toll gemacht. Lieber Ash, lieber Max, ich liebe es, eure Videos anzuschauen. Wenn mir langweilig ist, bekomme ich davon Unterhaltung. Freut mich, freut uns. Die Gummy vs. Jungle Food Challenges haben mir bis jetzt am besten gefallen. Ja, finde ich auch ganz cool. Macht ja mir Spaß, das Ganze so zu sehen. Mein kleiner Bruder guckt sich sehr gerne die Videos mit Ash bei Toys R Us an. Ich glaube, da kamen bisher noch gar nicht so viele, aber kann man vielleicht mal wieder kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Autogrammkarte schicken würdet. Umschlag und Briefmarken sind dabei. Dann bekommt ihr auch eine Autogrammkarte. Macht weiter so mit euren Videos. Viele Grüße, Alina. Ja, vielen Dank. Grüße an dich, Alina. Und eine Autogrammkarte bekommst du. Hallo, liebes TipTapTube. Ich habe euch jetzt den dritten Brief zugeschickt und habe mich immer über die Videos gefreut. Deshalb schicke ich euch jetzt noch einen Brief zu. Übrigens, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Auf seinen YouTube-Kanal könnt ihr auch mal vorbeischauen. So, hier haben wir einen Brief und zwar Hallo TipTapTube. Ich schreibe zum zweiten Mal. Ich bin's, Yannick. Ihr seid wirklich cool und ich gucke euch schon sechs Jahre. Ash, du hast wirklich viel in dem Jahr. Du merkst, du hast ein cooles Zimmer. Und Marie, du hast echt viel Deko. Ja, das stimmt. Adrian und ich finde cool, dass du immer die Kommentare liest. Und ich habe mal eine Frage. Könnt ihr mich bitte grüßen und könnt ihr meine Autogrammkarte schicken? Ihr alle unterschreiben. Genau. Einen Briefenschlag habe ich reingelegt. Genau, viele Grüße, Yannick. Ganz, ganz liebe Grüße an dich zurück, Yannick. Und du Autogrammkarte bekommst auf jeden Fall auch. Und wir freuen uns natürlich wirklich sehr, dass dir unsere Videos so gut gefallen. Das ist immer echt ganz süß. Danke. Liebe TipTapTube, ich liebe euren Kanal und ich habe euch am 16. April 2016 schon abonniert. Dankeschön. Und ich habe auch Videos eingestellt und könnt ihr mich grüßen. Ganz liebe Grüße an dich, Patrick. Und liebe Grüße aus Nürnberg. Viele Grüße, Patrick. Vielen, vielen Dank. Und der nächste Brief, mal sehen, was da so drin steht. Okay, das sieht ziemlich bunt aus. Lieber Max, lieber TipTapTube. Ich weiß, ich schicke den Brief jetzt nach TipTapTube, aber eigentlich ist der Brief an Max. Cool, dass ich den jetzt hier habe. Ich liebe die Videos von Max. Ich liebe auch Max und auch TipTapTube. Oh, ja. Dankeschön, sage ich mal. Freut mich natürlich. Ich schreibe jetzt den zweiten Brief an euch. Ich hoffe, er ist angekommen. Der hier ist auf jeden Fall angekommen. Und das zweite, glaube ich, auch. Ich wollte mal nach einer Autogrammkarte fragen, wo alle drauf unterschrieben haben. Bitte. Auch Max. Und ich wollte fragen, ob Max mir auf WhatsApp schreiben kann oder auf Instagram. Oder könnt ihr mich mal bitte grüßen. Ich liebe TipTapTube. Ich liebe euch alle so sehr. Mein Name ist Shirley und ich bin 13 Jahre alt. Und ich gucke jeden Tag fast ein Video. Ich liebe euch. Brief und Briefmarke sind im Umschlag. Vielen, vielen Dank an dich, Shirley. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Auf Instagram kann ich dir, denke ich, mal auf jeden Fall antworten. Muss ich mal gucken. Und die Autogrammkarte bekommt es auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Von Pascal und Marvin. Liebes TipTapTube-Team. Macht weiter so. Ihr macht so coole Videos. Könnt ihr mich grüßen, bitte? Ich mag euch sehr. Schaue die Videos seit einem Jahr. Eine Frage. Wann habt ihr mit YouTube angefangen? Das haben wir 2012, irgendwann Ende des Jahres, haben wir das erste Video mal hochgeladen. Einfach so aus Spaß. Das ist ein Video, wo Ash mit der Eisenbahn, mit der Prio-Eisenbahn spielt. Der baut da so eine Bahn auf. In echt schlechter Qualität. Ich weiß gar nicht, das ist... Könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, damit haben wir ja damit angefangen. Könnt ihr meinen Bruder Marvin auch grüßen? So, das war jetzt einmal Pascal. Einmal ein Gruß an dich, Pascal. Und auch an deinen Bruder Marvin. Hallo Marvin und hallo Pascal. Schickt mir bitte eine Autogrammkarte. Der Briefumschlag ist mit dabei. So sieht das aus. Schön bunt geschrieben. Ich sage mal vielen Dank, Pascal und Marvin. Das mit der Karte, das klappt. Kriegt ihr demnächst. Hey TipplerTube, ich schaue fast alle Videos von euch. Leider konnte ich nichts rein, beziehungsweise mitschicken, weil ich zu viel Stress hatte und ich habe ein paar Fragen. Alles gut, aber trotzdem. Vielen Dank und grüße gerne raus an dich. Erstens, könnt ihr mir zwei Autogrammkarten schicken. Würde mich freuen. Du bekommst eine, zwei Autogrammkarten. Das ist meine erste Clampost, die ich verschicke. Ihr seid die Besten. Ash, für dein Alter bist du der coolste YouTuber in der Welt. Merkst du natürlich auch. Ja, vielen, vielen Dank. PS, könnt ihr mich abonnieren. Ich habe auch YouTube. Mal schauen. Ich würde mich freuen. Entschuldigung, wegen der schlechten Rechtschreibung. Alles gut, ich kann es ja lesen. Es kann vorgelesen werden. Achso, ich bin Adriana, elf Jahre alt. Könnt ihr mich grüßen? Ja, grüße an dich, Adriana. Und vielen Dank. Hallo TipptapTube. Ich wollte mal fragen, ob ich zwei Autogrammkarten haben könnte für mich und meinen Bruder. Ich habe einen Rückumschlag eingepackt. Und ich habe, genau, 70 Cent hast du reingepackt. Super Florian, klar machen wir das. So, könnt ihr mich bitte mit meinem Bruder grüßen? Ricky und Florian. Ja, ganz liebe Grüße an euch, Ricky und Florian. Und vielen, vielen Dank auch für die tollen Karten. Liebe Grüße, seid die Besten. Weiter so. Vielen Dank, ihr Lieben. Hier komme ich jetzt zu meinem letzten Brief heute. Der ist von Simon. Mal sehen, was Simon hier schreibt. Riesiger Briefumschlag. Und hier ist der Brief. Hallo TipptapTube. Ich heiße Simon und bin elf Jahre alt. Ich schaue eure Videos schon seit zwei Jahren. Eure Videos sind sehr cool und unterhaltsam. Trotzdem habe ich ein paar Fragen. Erstens, könnt ihr mich grüßen? Simon, alles Gute von uns hier. Schönen Gruß von uns. Könnte ich eine Autogrammkarte bekommen? Jupp, die kriegst du. Also, wie alt seid ihr alle? Tja, also, Ash7, Max14, Marie38 und aber auch, nein war ein Scherz, ich bin schon zehn Jahre weiter, 48. Wie alt seid ihr alle? Genau, das war der. Der Brief darf vorgelesen werden. Euer Fan Simon. Simon, vielen Dank für deinen Brief. Und an dieser Stelle auch nochmal, falls ich das irgendwo vergessen habe, vielen Dank an alle hier, die uns was geschrieben haben. Und an alle nochmal einen Gruß von uns, also von mir her, stellvertretend für die anderen. Die haben ja in ihren Zimmern, beziehungsweise, ich glaube, Marima auf der Terrasse, die anderen Briefe alle vorgelesen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich hier der Letzte bin. Ansonsten, falls das so ist, wünsche ich euch noch alles Gute. Schreibt fleißig Briefe an uns, wir lesen die alle vor. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!